Ja, und somit willkommen zurück zu einer neuen Folge Mirror's Edge Catalyst. Wir sind wieder da und wir racen. So, das Ding hab ich ja schon geklaut. Logo. Keine Ahnung, ich kenn ihn erst seit ein paar, also seitdem ich das Spiel spiele. Deswegen, keine Ahnung. Gut. Warte, wo gehen wir eigentlich hin? What? Was ist das denn? Dash. Sicherheitsbosten. Ach du Scheiße, diesen Weg jetzt? Ehrlich? Äh, Moment. Wie ging das jetzt nochmal? Fortschritt, genau. Wie viele Punkte hab ich? Einen. Okay, Fokussschild, was haben wir hier? Ziel beim Sprung und dieses, um Fokus aufzubauen. Aha. Okay. Ausrüstung. Schließt dir die Geschichte ab. Wow. Erfordert KI-Störung. Äh. Aha. Okay, aber ich brauche glaube ich mehr das hier. Ja. Von Angriffen von hinten. Okay, das heißt, wir greifen die jetzt ab und sofort nur noch von hinten an. Guck, guck. Einmal und zweimal. Und zweimal. Ungeheu. Halt die Fräse. Schau mal, was von Schulden gehört. Wo muss ich jetzt lagen? Da lang. Gut. Dup, 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 dup. Äh. Lass mich. Ein bisschen schneller. Wird es geht. Ich bin ein halbes Auto. Nein, nein. Ich habe doch gedrückt. Ich habe doch gedrückt. Wird es geht schon wieder los. Es geht schon wieder los. Los, los. Hallo. Ups. Wop. Au. Ja, die Leute. Die armen Ar... Ach, komm schon. Nrgh. Baa. Baa. Hör auf die Community. Community, gib dir gute Spielevorschläge. Aha. So. 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 Und hier hoch. Swupp. Nihila. Hupzala. God, das ist echt so ein langer Weg, ey, für die Mission. Das nehme ich auch noch mit. Jupp. Und wieder ein Chip. Elektronisches Bauteil. Und hopp. Zack. Boah, diese Ego-Perspektive, ne? Die hat mir schon bei... Oh, komm schon. Die hat mir schon bei Dying Light gerecht. So, jetzt sind wir eigentlich drüben, ne? Ey, lass meinen Fokus aufgebaut. Oh. Okay, ist der Gemeinsatz. Außer Sichtweite bleiben. Ja. Was für Mitarbeiter. Ich sende nicht mehr, die ist nicht mehr da. So kriegt man auch Türen auf. Ich mach's beim nächsten Mal auch, wenn ich irgendwo zu Besuch bin. Puff. Ey, komm schon. Boah. Das Spiel will mich in den Wahnsinn treiben. Nein, ist nicht nur Resident Evil. Nein. Alle Spiele wollen mich in den Wahnsinn treiben. Die machen das echt mit Absicht. Dice haben sich auch gedacht. Dice haben sich auch gedacht. Aber es ist trotzdem ein schönes Spiel. Es macht irgendwie auf eine Art Spaß. Oh, guck schon. Auch. Krugas Tochter? Ziemlich mutig. Nicht überrascht nur, dass Rebecca sie am Leben gelassen hat. Au. Wow! Wir haben keine Kinder. Wir haben keine Kinder. Schön. 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 Ach du Scheiße! Ihr wollt mich da jetzt verraschen. Wow! Boah! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! War mir klar. Rumballern. Und ich habe nicht mal Wartebällchen. Zum Zeug schmeißen. Super. Wie ging aber das nochmal? Oh mein Gott! 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 Ja, klar. Ein Komma aus dem Versteck. Ja, klar. Und wie? Ähnlich jetzt. Wie? Oh, der Scheiß jetzt mal. Wie? Ach, da hinten. Tschö. Hallo. Boah. Boah. Ja. Jetzt nicht mehr. Da lang? Au. Woop. Woop. Ja, komm schon. Mann, 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 Mann. Ich hab's langsam wieder drauf. Aber nur langsam. Wir haben das bei Kate verloren. Aber weiter. Oh. Bale, hier ist Doge. Ich habe Informationen für dich. Und du bekommst sie sogar gratis. Nach allem, was ich in Erfahrung bringen konnte, war die Nachricht von Noas tragischem Ableben doch reichlich übertrieben. Was? Ich habe keine definitive Bestätigung dafür. Und selbst wenn er noch am Leben ist, hat ihn Kruger Sack vermutlich in die Greylands verfrachtet. Aber ich bin mir sicher, einer findigen jungen Frau wie dir wird es nicht schwer fallen, Näheres über seinen Aufenthaltsort in Erfahrung zu bringen. Ich wüsste da vielleicht eine Möglichkeit. Das dachte ich mir. Und sobald du deine Nachforschungen abgeschlossen hast, können wir uns auch wegen der Pläne einigen. Aha. Noah ist also nicht tot. Hm. Ein Unrutsching. Achso, und ich soll jetzt wieder in die Richtung von dem Bösen? Wie deppert seid ihr eigentlich? Wie deppert seid ihr eigentlich? Ich komme doch gerade aus der Richtung. Ich werde doch dann direkt da hinlaufen können. Mann. Guck, guck. Kusch. Da, der ganze Weg wieder. Hui. Hoppola. So. Hey du, komm her. Nein. Du stinkst. Wupp. Komm. Ab. Hast du gesehen, hast du gesehen, ne? Ja, geil, ne? Schiebidee. Tschübelidee. Dü, dü, dü. Kannst du dir vielleicht kennengelernt? Äh. Ne? Alter, die hat ja eine Ausdauer. Halleluja. Rechts, links. Da lang. Habe ich schon. Oh! Ich dachte, da wäre eine Brücke oder sowas. Boah! Hau rein, Digga! Geht mir gar nicht. Nicht geht mir gar nicht. Nein, nicht geht gar nicht. Komm. Komm. Was? Ui! Dankeschön. Kümmert euch um sie. Komm schon, ich will nicht sehen. Alle Einheiten, wir haben nicht Kontakt zu der verdächtigen Person. Ah, die Schweine können ja auf mich ballern. Aber ich krieg keine Knarre. Danke. Ich mein, okay. Ihr hättet so viel Schiss, weil ich würde euch alle so wegballern. Ich würde euch alle so wegklatschen. Möcht? Ich bin zu viel mit dem Wurzzi. Ich gewöhne mir schon dieses Wächt. Möcht. Mann. Gott. Das ist zu viel. Ja. Meine Beine werden schon 300 Mal gebrochen. 301. 302. Hier. Ich bin hier drüben. Ja und, bleib da drüben. Stinkst auch. Habt ihr da unten eigentlich keine Straßen oder sowas? Echt jetzt mal blöd gefragt. Aber die hängen ja alle auf den Dächern irgendwie. Wupp. Bin ich jetzt am Ziel? Nein. Warum auch? Laufen macht ja so viel Spaß und ist gesund. Gesund. Wupp. Yeah. Okay, da lang. Okay. Uh. Was? Den ganzen Weg? Hä? Logo. Wie führt mich das Ding hin? Äh. Au. Ups. Sorry. Ich vergesse immer das Abrollen. Fuck. 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 Ich vergesse immer das Abrollen. Ja, es freut mich nur dem Roten. Ey, du bist ja doch wieder hier. Fertig. Ich bin fertig mit den Nerven. Keine Kommentare beantworten während der Aufnahme. Wollte ich mir mal angewöhnen. Geh duschen. Okay. Gefangene X mit Isabel Krüger sprechen. Okay. Okay. Du schon wieder. Bist du enttäuscht? Das ist völlig egal. Du bist so gut wie tot. Mein Vater wird dir alles dem Erdboden gleich machen. Für sein Brahmstöchterchen tut er wohl alles, hm? Du wirst bestimmt mal eine tolle Führungskraft. Nee, du meinst. Was willst du? Meine Freunde. Ich weiß, sie sind nicht alle tot. Nur leider ändert das nichts. Du siehst sie niemals wieder. Wo sind sie? Frag doch meinen Vater. Er redet sicher gern mit dir. Darauf wette ich. Aber ich frage dich. Und wenn mir deine Antwort weiterhilft, hole ich dich hier raus. Ich weiß nicht, wo sie sind. Und der Aktenzugriff ist nur für den Krüger-Sack-Hauptrechner möglich. Viel Glück damit. Ich hab immer Glück. Plastik. Kannst du mir helfen, bei K-Sack einzubrechen? Ich muss an ihren Hauptrechner. Bei K-Sack? Im Hauptquartier? Klaro. Gut, legen wir los. Faze? Kannst du mich hören? Wo steckst du? Hier. Ich hab keine Angst für Noah. Es könnte sein, dass er noch lebt. Was? Das ist doch... Wann? Ich bin gerade dabei, die Informationen zu überprüfen. Großartig. Halt mich auf dem Laufenden. Ich denke übrigens, dass wir uns langsam von Black November verabschieden sollten. Rebecca wird mir von Tag zu Tag unheimlicher. Ich hab gehört, sie hat neulich bei der Röhre einen Verräter erschießen lassen. Und ich fürchte, Isabel Kruger könnte die Nächste sein. Damit würde ich nichts zu tun haben. Okay. Wir hauen bald ab. Ja, und ich mache jetzt Schluss. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn ihr auch wieder dabei seid. Bis dann. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.